Das Kinn locker auf die Hände gestützt und mit großen Augen präsentiert sich die Skriptur aus Ahorn. 1912 schnitzte der Künstler Erich Hecke den stämmigen Körper, der sich hier im Lehmbruck Museum auf 141 cm präsentiert. Als Leihgabe des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg steht sie heute zusammen mit Gemälden, Bildern und Grafiken beispielgebend für das künstlerische Schaffen der Expressionisten. Auf insgesamt vier Räume erstreckt sich die ausgewählte Sammlung des Museums, die die wichtigsten Vertreter der Kunstrichtung beherbergt. Wir haben Bilder von Karl Schmidt-Rottloff, von Erich Hecke, von Ernst-Ludwig Kirchner, von Emil Nolde, Alexej Jawlenski, also alle großen Namen des deutschen Expressionismus sind vertreten, aber auch darüber hinaus Franzosen. Im Grunde ist die gesamte Etappe oder Epoche des Expressionismus hier abgebildet. Es ist die Epoche des 20. Jahrhunderts, eine Zeit des Fortschritts, vor allem aber eine Zeit des Umbruchs. Ungemischte Farben, holzschnittartige Formen und die Auflösung der traditionellen Perspektive. Sie sind charakteristisch für die neue Stilrichtung, zu der auch Wilhelm Lehmbruck gehört. Bei den Lehmbruck-Forschern, wie zum Beispiel Dietrich Schubert, gilt Lehmbruck als Expressionist. Also er gilt als jemand, der der Epoche des Expressionismus einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Wenn Sie sich jetzt die Ausstellung hier ansehen, dann spüren Sie schon recht schnell, dass es deutliche Unterschiede gibt. An der Malerei auf der einen Seite, aber auch in der Skulptur. Das Ideal der Brücke-Künstler war, eine Einheit von Mensch und Natur zu zeigen. Das Thema sind die Badenden ganz häufig. Bei Lehmbruck, sehen Sie in der Ausstellung, gibt es auch die Badenden. Ganz großes Thema bei ihm. Aber es geht nicht um eine Einheit zwischen Mensch und Natur, sondern es geht eher auch um Konflikte zwischen Mann und Frau. Und das macht Lehmbruck so interessant. Nah und fern, zusammen und getrennt, umschlungen und distanziert zugleich. So wirken die Körper, die Wilhelm Lehmbruck in seinen Bildern präsentiert. Eine Ambivalenz, die sich nicht zuletzt in den roten Wänden des Museums widerspiegelt. Eine bewusste Entscheidung des Kunsthauses. Wir haben uns Gedanken über Farben gemacht, weil die Expressionisten einmal in einer Ausstellung ihre gesamten Bilder auf roten Wänden gezeigt haben. Das war damals ein großer Skandal. Und wir haben in der Tat auch mit rot sehr viel experimentiert und auch mit grün und fanden, dieser Komplementärkontrast ist ja wichtig für den Expressionismus, rot und grün. Aber die Bilder sehen einfach auf grün sehr, sehr viel besser aus. Während Lehmbruck hier bei uns in der Ausstellung auf roten Wänden zu sehen ist, weil das seine Bildaussage, seine Wirkung sehr unterstützt. Doch egal ob auf rot, grün oder grau, eines machen die expressionistischen Künstler ganz deutlich. Sie alle zeigen unmittelbar und unverfälscht, was sie zum Schaffen drängt.